Willkommen zu einem neuen Let's Play, beziehungsweise ein Mini-Let's Play, wenn man so möchte. Äh, ne Kleinigkeit? Hi! Diesmal mit Cam. So. Besser. What's that noise? I have to go. And you should hide. Okay. What was that? Ist das Ding weg? Die Musik hat aufgehört. Ich weiß nicht, was das war, aber ich habe gerade was gesehen. Das Ding ist, ich... Ich trau dem nicht. Ey, wo ist der Ballon? Oh, nö. Hätte ich den Ballon vorhin annehmen müssen. Es tut mir jetzt fast schon leid. Das ist natürlich Sauheits und das war's mit mir. Jo. Was soll ich machen? Ich weiß ja nicht mal, wo der Ballon ist. Ja! Ein Reh. Boah, wenn du mich jetzt killst, ne? Sag mal, willst du mich verarschen? Was haben wir hier eigentlich? Ach, man kann angeln. Ist das jetzt so ne Auto-Sache, oder? Du scheiß Reh, kommst du nicht ins Haus, oder? Hau ab, Alter! Boah, ich hoffe, nachts kommt nix Neues mehr. Boah, ey. Also, die Fische geben viel Geld. Also, wirklich wahr. Ja. Das lohnt sich richtig gut, das zu machen. Oh, fuck! No! Ich war doch sogar... Ey, das ist so mies, dass du nicht speichern kannst. Jetzt darf ich den ganzen Scheiß nochmal machen. Ernsthaft jetzt. Also, ich schätze mal, sobald das Motorboot da unten fertig ist, ist es theoretisch gesehen beendet. Das Spiel. Gut. Also, sagen wir es mal so, wie es ist. Ich werde es vielleicht... Kommt drauf an, wie weit ich jetzt kommen sollte. Sollte ich jetzt nochmal so richtig random drauf gehen. So richtig unnötig, würde ich glaube ich sagen, höre ich für heute auf. Also, mein Ziel ist es auf jeden Fall... ...hin zu bekommen... ...dass ich... ...das Boot schaffe. Das ist das Ziel, was ich mir gegeben habe. Ich sehe wieder was. Ich sehe Dinge. Ich sehe Menschen. Okay. Ganz ehrlich, diese Münzen da, die geben einfach nur gut Geld. Mehr... ...zu mehr sind die nicht da. Und halb neues Aussehen, ja okay, aber ganz ehrlich, nein. Dann nehme ich dann doch lieber das Geld mit. Zumindest zum Moment. So, hier wird schon mit Ewigkeiten Fisch versuchen abzuhauen. Das ist ein verdammter Hirsch, ne? Ich wünschte, den könnte ich irgendwie... ...zu meinem Mittagessen verarbeiten. Das wäre echt schön. Das würde mir eine ziemliche Beruhigung geben, muss ich sagen. So. Das musste mal kurz sein hier. So. Okay. Dann weiter geht's. Aber ich würde sogar wirklich sagen, das ist mein letzter Versuch jetzt hier. Für heute zumindest. Weil, wenn ich jetzt nochmal draufgehe, dann äh ja. Ja. Warum jetzt? Okay. So. 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 Okay. So. So. aber gerade ein ich kann ein motorpies kaufen aber dafür hat mich gerade ein bisschen erschrocken da alles das game arbeitet gerne mit solchen jumpscares schon aufgefallen und ich hab das vergessen zu aktivieren aber ich habe auf jeden fall gelernt den den hirsch weitläufig umlaufen das ist die einzige möglichkeit gut zu überleben dankeschön so warum ist da jetzt nichts jetzt danke ich brauche jeden fall vier stück aber die fische sind die deutlich bessere und kosten effektivere variante wie die die samm bin ich mal ganz ehrlich weil die samm die bringen halt gefühlt kaum was zumal du auch die ganze zeit wasser nachfüllen musst also ja es geht bestimmt ein bisschen schneller wenn du das auch mit machst aber du kommst gar nicht hinterher nachfüllen ja ja dieser verdammte läuft doch die ganze zeit da hinten rum warum aktiviere ich das nie ich debb aber hey es wenn es so weiter läuft schaffe ich es zumindest mal recht schnell den oh fuck was gerechnet jetzt Er dürfte gerne wieder abhauen. Ach, kann sein, dass man jeden Tag einen anderen Fisch fängt. Kann das sein. Okay, ist weg. Gut. Jetzt wird es wahrscheinlich auch demnächst wieder Nacht. Das finde ich nicht so nice. Einige sind verdammte Clown, ne? Okay, ich habe gleich wieder den nächsten 1000 zusammen. Und ich brauche aber das viermal von den Teilen, von den Motorteilen. Auch wenn ich mich frage, wo das erste hin ist, weil irgendwie ist es nirgends da. Okay, ich habe wieder 1000. Sehr gut. Maybe it's useful for something you can only carry too. Ich kann nur zwei... Ich bin hier in meinem Haus. Was willst du? Ich habe das Gefühl, das wird mir noch helfen. Okay. 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 Ach was, bringt doch was. Toll, wo kriegt die anderen zwei her? Toll, wo kriegt die anderen zwei her? Toll, wo kriegt die anderen zwei her? Toll, wo kriegt die anderen drei 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 her? habe ich überlebt mit ach und krach irgendwie hat er wieder ausgeworfen so schön das hat jetzt schon dass ich irgendwo genau deswegen ok das outfits zeug hier ich höre schau ab hau einfach ab kein mensch braucht sich kein mensch will dich habe ich es richtig gesehen jetzt laufen zwei von den teilen rum habe ich das richtig gesehen oder es ist einfach gerade abgehauen in dem moment das war noch mal eins ist offen Toll Ich fände es ja ganz schön, wenn ich das Zeug hier mal verkaufen könnte, aber irgendwie Wird irgendwie nix Die ganze Zeit, dass der Hirsch davor steht und ich will die ganze Zeit Reh sagen, man, es ist ein Hirsch Aber ja, ich bin jetzt nicht sicher, sobald ich das hier habe, müsste es eigentlich das Ende sein Ich höre komische Geräusche, aber ich glaube, das ist sogar nicht mehr hier im Game Oh Gott, ey Nur mal so aus, äh, kleine, äh, für diejenigen, die es interessiert Ich nehme jetzt hier gerade eine Stunde 35 Minuten auf Nur sucht die Info, falls es irgendwen interessieren sollte Das verkaufe ich auch Andererseits, ich warte mal mit dem Verkaufen da Oder mit dem Kaufen, besser gesagt Da warte ich tatsächlich gerade mal noch Weil, Humunculus wird ja eh noch auftauchen, wahrscheinlich Deswegen, ja Ich weiß nur nicht, was ich überhaupt machen soll gerade Vielleicht nochmal die Angel auswerfen, das könnte helfen Ja, ich renne mal Okay Hm, ich hätte noch den Schlüssel hier Ich kaufe einfach mal alles You can only care too Okay Ich weiß, was ich tun muss Ich muss mir mein Geld sparen Gut zu wissen Oh, warte mal, eine Sache, die ich auf jeden Fall gerade noch kurz machen muss Nochmal nachfüllen Okay, also ich kann bloß Wenn ich zwei Stück hab Ich hab ja zu viel Geld ausgegeben, ne Scheiße Ähm, wenn ich Wenn ich zwei Stück gekauft hab Kann ich das mit dem Motor machen Wie es aussieht Aber eben nur dann Wenigstens geben die Fische viel Geld Ich hoffe, ich mach jetzt keine blöden Fehler Ohne Witz Weil das wird so viel mich zurückwerfen Wenn ich jetzt einen Fehler mach Ich glaub, das wird mich seelisch kaputt machen Es sind nur noch 1500, wo ich brauch An Geld, also Gleich wieder reinwerfen Und die Äste hier sind wichtig Ich werd mich auch gar nicht so sehr aufs Farmen verlassen, weil Es ist zwar gut, farmen zu können Hier in dem Game Aber es bringt bei weitem nicht so viel Wie die Fische Bei weitem nicht so viel Mir ist aber aufgefallen Der Hirsch still läuft Hier hinten gar nie rum Läuft Du bist in der Mitte rum Und es ist tatsächlich ein Fakt Der sehr gut zu wissen ist So, das nächste Zahnrad hätte ich dann Und ich denk mal wirklich Das Game ist vorbei Wenn ich die vier Zahnräder hab Weil das sind auch mit Abstand am teuersten Und ich kauf das noch nicht Ich warte, bis Humunculus wieder auftaucht Und ich eh ins Haus muss Am liebsten wär's mir Ich würd das hinkriegen Noch bevor die nächste Nacht einbricht Aber ich glaub Eine Nacht muss ich noch machen Leider Oh, dann hab ich was vergessen Oh nee, es wird wieder Nacht Okay, ich geh mal ins Haus Gott Ja, da wird's Nacht Und da kommt mein Freund Der Hirsch wieder Okay Humunculus wäre abgewimmelt Der Hirsch steht aber jetzt Gerade echt bescheuert Hau ab Du beschissener Hirsch Okay Okay, ich nehm alles zurück Das Grad war Leben am Limit Alter Steht das Ich dann direkt da vorne hin Ey Ich muss auf jeden Fall schauen Dass ich den Blöden Clown finde Mein Daumen auf Ah, da bist du ja Danke Hi Dankeschön Ich find's ja grad ein bisschen unheimlich Dass der Hirsch hier direkt vorm Haus steht Das find ich nämlich gar nicht gut Also wie ich Humunculus kenne Kommt der nochmal Die Nacht So, ich glaub dann am nächsten Tag Krieg ich's definitiv hin Das vierte Motor Zeug zu holen Oh mein Gott War das knapp Fuck Der Clown dürfte jetzt aber auch gerne auftauchen Das steht da unten irgendwo safe Ist der hier Ah, da ist er Gott sei Dank Der nervigste Gegner hier im Spiel ist weg Na, wobei Fast der nervigste Gegner Der nervigste ist immer noch der Hirsch Oh, der ist ja irgendwie Sowohl blind als auch blöd Habe ich auch schon feststellen dürfen Aber hey Es ist Ganz ehrlich Das ist mir grad recht Wenn der blind und blöd ist Nichts gegen dich, Herr Hirsch Ich hab immer noch ein bisschen Angst Dass Humunculus gleich auftaucht Ah, da kommt er So Ne, da kauf ich nichts Ach, Gott sei Dank Die Nacht ist durch, ey Wenn ich Glück hab, die letzte Nacht Kehr ist weg Sehr gut Dann gehe ich nochmal zum Fisch Wenn ich Glück hab, reicht es dann auch sogar Boah, müsste eigentlich dann sogar reichen Und dann müsste ich jetzt nur blöd In den Hirsch reinlaufen Das wär jetzt der unnötigste Game Over Den ich jemals in meinem Leben gehabt hätte Okay Okay Vor allen Dingen, weil ich ja nicht weiß, ob es wirklich so ist, dass es danach beendet ist Okay Ich hab zwei Stück Jetzt renne ich Bitte sag mir, dass es klappt Dass das jetzt das Ende ist Einmal noch Dann bitte sag mir, dass es zu Ende ist Bitte Es läuft Ja Oh mein Gott, ich hab's geschafft You survived 49 Minuten hab ich jetzt gebraucht Holy shit Kurz zur Info Meine Aufnahmezeit beträgt jetzt eine Stunde und 47 Minuten Okay Ey, ich hab's geschafft Gut Dann würde ich auf jeden Fall sagen Gibt's ein paar Parts Mal gucken, was ich machen werde Ob ich alles drin lassen werde oder nicht Könnte aber ganz interessant sein Aber gut Dann würde ich sagen Vielen Dank fürs dabei gewesen sein Für's Zuschauen Likes und Kommentare Und ich hoffe, dieses kleine Neben-Let's Play Hat euch gefallen Würde ich sagen Vielen Dank fürs dabei gewesen sein Und bis zum nächsten Let's Play Oder auch nichts Bye Euox Kleine of oh 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 Untertitelung des ZDF, 2020